Schönen lieben Dank für den Applaus, fürs Kommen. Sie sind also die armen Menschen, die heute das Fußballspiel versäumen. Ist für uns, nachdem der Saal ja doch wirklich groß ist, trotzdem angenehm gefühlt, muss ich sagen, schön verteilt. Das SMS-Report war das letzte Mal da am 18. September 2012, kann ich mich erinnern. Und wir sind dabei, wieder eine neue CD zu erstellen. Wir haben unsere alte mit, falls sie noch keine haben, möchte ich das gleich jetzt sagen. Wir spielen das Programm, was da drauf ist und bald gibt es etwas Neues. Das erste Stück war das typische Intro-Stück, das wir uns schon zu eigen gemacht haben, von Steve Kahn geschrieben, komponiert. In den 80er-Jahren, 1980 vielleicht sogar. Und Steve Kahn hat das Guilla Fleur, so wie sie das nennt, eigentlich so etabliert, dass sie das die ganze Zeit zumindest bei uns gehalten hat. Und er hat sich auch sehr gefreut, dass es auf unserer CD drauf ist. Er hat mir eine Mail geschrieben und gesagt, cool, dass meine alten Stücken da geschrieben werden. Ja, und so geht es weiter. Wir haben natürlich keine Covers, üblicherweise. Und wir steigen jetzt ein mit Dr. Green, etwas Grünes aus unserer Feder. Dr. Green. 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 Musik 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 Musik